So, jetzt kann ich Ihnen ein bisschen etwas über Datenschutzrecht erzählen und ich muss gleich mit ein paar großen Vorwarnungen anfangen. Erstens, schlechte Nachricht, Datenschutzrecht ist insbesondere in der Wissenschaft so etwas wie eine Weapon of Mass Destruction. Immer wenn man irgendwas verhindern will, kommt man mit einem datenschutzrechtlichen Argument. Und zweitens, deswegen gibt es viel mehr, als ich jetzt in diesen paar Minuten hier erzählen kann, zum Datenschutzrecht zu sagen. Aber die eigentlich wichtige Botschaft möchte ich doch jetzt hier überbringen, nämlich a, es gibt viel mehr zum Datenschutzrecht von mir, es gibt einen eigenen MOOC zum Datenschutzrecht und b, glauben Sie nicht an diese Weapon of Mass Destruction. Es ist auch datenschutzrechtlich vieles möglich. Man muss es nur von Beginn an und ordentlich vorbereiten. Es ist kein Rechtsgebiet, das von Anfang an laut schreit, das geht nicht, sondern so wie alle anderen auch, wenn Datenschutzrecht beachtet wird. Und wenn es rechtzeitig beachtet wird, dann kann man selbstverständlich sowohl in der Forschung wie auch in der Lehre viel mehr tun, als man vielleicht auf den ersten Blick mitunter glauben mag. Die wichtigste Unterscheidung im Datenschutzrecht, und das ist jetzt eine gute Nachricht für wahrscheinlich die meisten hier von Ihnen, die wichtigste Unterscheidung im Datenschutzrecht wird ganz am Anfang getroffen. Das ist nämlich die Unterscheidung zwischen personenbezogenen und nicht personenbezogenen Daten. Die gute Nachricht ist, wenn Sie nicht personenbezogene Daten verarbeiten, also z.B. Maschinendaten, Wetterdaten, irgendwelche physikalischen Messergebnisse etc., dann vergessen Sie alles, was zum Datenschutzrecht zu sagen ist, denn dann sind Sie außerhalb des Anwendungsbereichs dieses Rechtsgebiets. Im Datenschutzrecht geht es immer nur um personenbezogene Daten. Bei nicht personenbezogenen Daten tauchen noch immer ein paar Fragen auf. Sie sind in dieser Folie hier ganz kurz angezeichnet, z.B. Fragen des Urheberrechts, des Datenbankschutzrechts etc. Sie sind aber nicht mehr rein im Datenschutzrecht. Im Datenschutzrecht nur per Personenbezug. Wenn Personenbezug, dann allerdings das gesamte Datenschutzrecht. Innerhalb der personenbezogenen Daten gibt es dann noch eine zweite Unterscheidung, die wichtig ist, nämlich die zwischen normalen personenbezogenen Daten und sogenannten sensiblen personenbezogenen Daten. Sensible Daten sind jene Daten, die irgendwie besonders nahe an der Persönlichkeit, an der Identität eines Menschen sind, also z.B. die politische Überzeugung, die sexuelle Orientierung, die Gesundheit. Das wären sensible Daten. Wenn Sie also irgendwie anfangen zu forschen und Sie sind datenschutzrechtlich sensibel, dann beantworten Sie zwei Fragen im Vorfeld. Erstens habe ich einen Personenbezug. Zweitens, wenn ich den habe, sind die Daten, von denen ich irgendwie messe oder die ich irgendwie verarbeite, sind die sensibel. Personenbezug liegt immer dann vor, grob gesprochen, liegt immer dann vor, wenn eine Person, um die es da geht, bestimmt oder bestimmbar ist. Es reicht auch schon Bestimmbarkeit. Das ist z.B. dann der Fall, wenn Sie pseudonyme Daten verarbeiten. Dann sind Sie leider voll im Datenschutzrecht drin. Also, wenn das so ist, wenn personenbezogene Daten vorliegen und Sie wissen, ob sensibel oder nicht sensibel, dann müssen Sie sich darum kümmern, was Sie mit diesen Daten tun dürfen. Das gesamte Rechtsgebiet stammt aus den 70er Jahren in seinen Ansätzen. Das erkennen Sie z.B. an dieser Folie hier. Ich habe Ihnen das als Faximile hier mitgebracht. Das ist das weltweit erste Datenschutzgesetz. Das stammt aus dem Jahr 1970 aus Hessen. Und wie Sie schon aus der Schrifttype erkennen können, ist das schon ziemlich lange her. Und auch die Konzeptionen des Datenschutzrechts stammen aus dieser Zeit. Das ist ziemlich lange her, war aber ursprünglich, so in den 70er Jahren, gedacht als ein Rechtsgebiet, das sich gegen den Staat richtet. Wenn Sie den Paragraphen 1 dieses hessischen Datenschutzgesetzes lesen, dann steht da im Wesentlichen drinnen, dass die Verarbeitungen durch die öffentliche Hand dadurch geschützt werden sollen und dass dem Einzelnen gegen die Verarbeitungen der öffentlichen Hand von Beginn an ein Datenschutzbeauftragter zur Seite gestellt wird. Da steht dann also, dass der Datenschutzbeauftragte vom Landtag zu wählen ist und unabhängig bei den Datenverarbeitungen beratend tätig wird. Ursprünglich war das also ein Recht gegen den Staat gerichtet. Big Brother is watching you war das große Thema. Inzwischen hat sich das verändert. Inzwischen sind selbstverständlich die Datenverarbeitungen nicht mehr nur staatliche, sondern insbesondere auch private. Und egal in welcher Rechtsform Sie unterwegs sind, wenn Sie forschend unterwegs sind, egal ob Sie das als Individuum tun, ob Sie das als Angehörige einer Universität tun oder ob Sie in irgendeiner kommerziellen Firma arbeiten und dort tätig sind, in all diesen Fällen ist das Datenschutzrecht mittlerweile für Sie einschlägig. Das hat sich also seit den 70er Jahren insoweit verändert. Und in fast allen dieser Fälle werden Sie auch einen Datenschutzbeauftragten brauchen. Wenn Sie also jetzt nicht mehr zum Datenschutzrecht wissen wollen als das absolute Minimum, dann wäre es, prüfen Sie, ob Sie personenbezogene Daten haben und wenn ja, reden Sie zweitens rechtzeitig mit Ihrem Datenschutzbeauftragten. Jedermann, das steht auch schon im Hessischen Datenschutzgesetz drinnen. Jedermann hat das Recht, mit dem Datenschutzbeauftragten zu reden oder den anzurufen. Also wenn Sie eine Sorge haben oder ein Bekümmern ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es einen Datenschutzbeauftragten bei Ihnen im Unternehmen oder bei Ihnen an der Universität gibt, weil fast jeder verpflichtet ist, einen solchen zu bestellen. Wer genau dazu verpflichtet ist, steht im Artikel 37 Datenschutzgrundverordnung, den ich Ihnen hier auszugsweise abgedruckt habe. Fast jeder ist verpflichtet, einen solchen Datenschutzbeauftragten zu bestellen und an den kann man sich wenden. An den kann man sich sowohl wenden als Betroffener, wenn man also findet, dass irgendwelche Datenverarbeitungen interessant sind und man ein bisschen mehr darüber wissen möchte, was der andere über einen weiß. Man kann sich aber natürlich auch als Forscherin oder als Forscher an den wenden und die große Botschaft hier ist, wenn Sie ein Forschungsprojekt planen, reden Sie frühzeitig auch mit Ihrer Datenschutzbeauftragten oder Ihren Datenschutzbeauftragten. Sie ersparen sich viel an Ärger im Nachhinein. Was der dann tut, der oder die Datenschutzbeauftragte ist typischerweise, dass er insbesondere auf die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Grundsätze achtet. Wer sich dazu ein bisschen vorbereiten und fortbilden möchte, liest bitte Artikel 5 der Datenschutzgrundverordnung. Wir haben in einem vorherigen Video mal ein bisschen was über Rechtsinformationen besprochen. Bitte versuchen Sie, die Datenschutzgrundverordnung auf der Seite Eulex selbst zu finden und wenn Sie sie gefunden haben, lesen Sie dort Artikel 5. Artikel 5 enthält die ganz wesentlichen Prinzipien zum Datenschutzrecht und Sie werden erkennen, dass ganz viele dieser Prinzipien aus den 70er Jahren heraus erklärbar sind. Zum Beispiel gilt im Datenschutzrecht seit den 70er Jahren wegen dieses Topos Big Brother is watching you der Grundsatz des sogenannten Verbots mit Erlaubnisvorbehalt. Was heißt das? Anders als im normalen Leben, wo alles, was nicht ausdrücklich verboten ist, erlaubt ist, gilt im Datenschutzrecht das Umgekehrte. Alles, was nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist verboten. Das ist einer der Gründe, warum das so eine tolle Weapon of Mass Destruction ist. Es ist eben nicht so, dass Sie zeigen müssen, dass etwas verboten ist, sondern Sie müssen im Gegenteil zeigen, dass etwas ausnahmsweise erlaubt ist und Sie müssen auch zeigen können, dass Sie darüber nachgedacht haben, denn im Artikel 5 Absatz 2 steht drinnen, dass Sie die Einhaltung dieser datenschutzrechtlichen Grundsätze jederzeit nachweisen können. Deswegen spricht man am besten früh mit dem Datenschutzbeauftragten, denn der hilft einem dabei, dann diese Dinge im Vorfeld zu prüfen. Dieses Verbot mit, und auch zu dokumentieren, wer schreibt, der bleibt. Man schreibt das am besten irgendwo auf. Dieses Verbot mit Erlaubnisvorbehalt führt jetzt dazu, dass die Verarbeitung, wie gesagt, nur ausnahmsweise erlaubt ist. Und da wird dann die Unterscheidung zwischen den sensiblen und den nicht sensiblen Daten wiederum sehr wichtig, denn es gibt Ausnahmen von diesem Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Die stehen auf der einen Seite im Artikel 6 der DSGVO und auf der anderen Seite im Artikel 9 der DSGVO für sensible Daten. Und in beiden Fällen, sowohl bei den normalen wie auch bei den sensiblen personenbezogenen Daten, gilt der Ihnen sicher allgemeine Grundsatz, dass eine informierte Einwilligung, also der Betroffene weiß, was geschieht und stimmt dem zu, eine Ausnahme von diesem Verbot schafft, also eine entsprechende Rechtsgrundlage schafft. Regel, Daumenregel lautet also, im Zweifel fragen Sie bitte, ob die Betreffenden einverstanden sind und wenn Sie eine entsprechende Einwilligung haben, dann ist das wunderbar. Es gibt allerdings jetzt einen wichtigen Unterschied zwischen den sensiblen und nicht sensiblen personenbezogenen Daten dahingehend, dass bei den nicht sensiblen personenbezogenen Daten es eine weitere mögliche Rechtsgrundlage gibt. Die steht im Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F und ist hier jetzt rot hervorgehoben. Das ist das sogenannte legitime Interesse. Sie dürfen also Daten, wenn Sie nicht sensibel sind, unter bestimmten Voraussetzungen auch ohne Einwilligung allein deswegen verarbeiten, weil Sie geltend machen können, dass Sie ein entsprechendes legitimes Interesse an dieser Verarbeitung haben. Das ist jetzt nicht der Standardweg, den ich Ihnen empfehlen möchte. Aus vielen Gründen empfiehlt es sich in der Regel sehr, eine informierte Einwilligung einzuholen. Unter bestimmten Umständen braucht man die aber nicht. Dieses legitime Interesse kann zur Zulässigkeit einer Verarbeitung bei nicht sensiblen personenbezogenen Daten führen. Näher ausgeführt, wie gesagt, im Artikel 6. Diese Regel gibt es bei sensiblen personenbezogenen Daten nicht. Wenn Sie also Gesundheitsdaten, politische Überzeugung, sexuelle Orientierung, genetische Daten etc. verarbeiten, dann können Sie sich nicht darauf berufen, dass Sie ein entsprechendes legitimes Interesse haben. Dann gibt es einen abschließenden Katalog von Ausnahmen, zu denen insbesondere gehört, dass die Person selbst ausdrücklich eingewilligt hat oder aber auch Ausnahme, die vielleicht in manchen wissenschaftlichen Kontexten relevant sein kann oder aber die Person, die entsprechenden Informationen selbst offensichtlich öffentlich gemacht hat. Auch dann könnte das eine Rechtsgrundlage darstellen. In der Regel brauchen Sie eine Einwilligung. Auch über diese reden Sie bitte mit IRR oder IRM-Datenschutzbeauftragten, wie die genau ausgestaltet sein soll. Wer sich auf dieses Gespräch ein wenig vorbereiten möchte, liest den Artikel 7. Im Artikel 7 DSGVO steht genauer drinnen, wie diese Einwilligung aussehen soll, insbesondere muss sie freiwillig erfolgen. Das ist eine Anforderung, die in arbeitsrechtlichen und in öffentlich-rechtlichen Kontexten mitunter nicht einfach einzuhalten ist, weil die eine der Voraussetzungen der Freiwilligkeit ist, dass die Freiwilligkeit eben auch wirklich gegeben ist. Das heißt, dass der Betreffende eine Wahl hat, Ja oder Nein zu sagen. Wenn Sie also Ihre Studierenden quasi zwingen, an irgendwas teilzunehmen und dann gleichzeitig argumentieren, dass sie eingewilligt hätten, dann entsteht aus dem ein Widerspruch, den Sie sich besser nicht antun. Also bemühen Sie sich um die Freiwilligkeit, auch da hilft Ihnen der Datenschutzbeauftragte. Und seien Sie sich gewiss und gewärtig, dass, wenn Sie auf die Einwilligung als Rechtsgrundlage fußen wollen, das mit sich bringt, dass diese Einwilligung auch jederzeit wieder rufbar sein muss, was in Forschungskontexten auch nicht immer dann einfach einzuhalten ist. Deswegen ist die Einwilligung eine mögliche, aber nicht immer die beste Rechtsgrundlage, wie ich Ihnen ganz kurz her angedeutet habe. Alles Weitere klären Sie bitte mit Ihrer oder Ihrem Datenschutzbeauftragten und um sich auf dieses Gespräch gut vorzubereiten, schauen Sie sich den MOOC zum Datenschutzrecht an. Herzlichen Dank.